Hier so ziemlich mittig, damit man so, wenn man reinkommt, auch wirklich so Ehrfurcht kriegt. Ehrfurcht, morg. Ehrfurcht! Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde. Wir haben jetzt genau 22.27 Uhr. Heute ist der 9.11. und ich stehe gerade vor unserer Parkes-Rumor-Halle. Und ja, eigentlich wollen wir noch die letzte Arbeit beenden. Wir wollen jetzt noch die Leisten dran machen, mitten in die Nacht. Wisst ihr warum? Weil wir sonst keine Zeit haben. Wir machen hier voll die Party. Achtung, Polizei kommt jetzt, ich weiß, scheiße machen. Scheiße. Ja, ja, Mittagstraining, ey. Jungs, komm her, komm her. Wund, was geht? Alles klar? Ey, weißt du was, warum hast du dich nicht gemerkt? Ich dachte, du brauchst dich, Alter. Ich hab doch einen Daumen gehoffet. Achso, der Daumen. Welcher Daumen? Der geschnittene. Der geschnittene Daumen. Der geschnittene Daumen. Der geschnittene. Jungs, wisst ihr was? Ich wollte eigentlich nicht, aber lasst uns die Leisten dran machen, ja? Nein, wir machen damit. Ich stelle das online. Ja, ey. Boah, morgen geht's los. Morgen geht's los, Leute. Morgen geht's los. Ey, Ronny. Film das mal. Ich kann damit überhaupt nicht umgehen, ne? Ich kann damit überhaupt nicht umgehen. Ich hatte das selber mit Feder. Mit Feder ist einfach, aber mit dem Ding ist schwer. Aber gib mir einen Monat. Gib mir einen Monat, ich werde das Ding auseinandernehmen. Ich werde das so gut machen, ich bin nicht, Jungs, Alter. Das ist gar nicht so einfach, Alter. Wunderbar. Wunderbar. Gib mir einen Monat, ich werde das Ding auseinandernehmen. Ich spür's nicht. Ich merke das, ihr nehmt das Ganze auseinandernehmen. Dann ist ein Tag kaputt. Nein, nein, dann kauf mir neue, morgen. So, wisst ihr Bescheid? Morgen ist die Öffnung. Packst du den Baum? So, leisten. Lasst mal die Leistung an die Heizung stellen, damit sie warm werden. Oh, wir sind von hart lang. Oh, das ist ja nicht so schwer. Zu schwer. Der Teppich, der passt in Brand. Genau, also nicht links, auch nicht hier so ziemlich mittig, damit man so, wenn man reinkommt, auch wirklich so Ehrfurcht kriegt. Ehrfurcht, morg. Ehrfurcht. Ehrfurcht. Ehrfurcht, wie die tragen die Nägel das auch? Wenn du dich nicht an das Bild hängst. Allah, wir haben ihn. Ich wollte sein erstes Video machen. Ja, gut. Und die Waage. Ja, und die Waage. Willi, die Waage, morg, erst. Mit Waage gemacht? Ja, morg. Warte. Ist Waage? Ey, das ist pervers Waage. Was denkst du von dem Bild, Veronique? Sei mir ehrlich. Was denkst du darüber? Wenn du was willst, was denkst du? Seine Nase gefällt mir nicht. Wie? Was denkst du von dem Foto? Wolltest du dir die Wahrheit wissen? Ganz ehrlich. Ich finde es cool. Es hat was. Ich finde auch. Versuch mal wie er zu gucken. Nein, so wie er. Komm, gib mir mal Mühe. So wie er. Ja, genau wie er. Ich hab mich so ein schiefes Auge. Sehe ich aus wie Karlsruhe. Versuch mal, ich wollte es gerade sagen. Kann ich nicht. Ja. Sehe aus wie Karlsruhe. Aber. Ja. Das ist das. Ja. Passt. Du musst jetzt nur noch so ein Glupsch-Auge kriegen, so links. Ja, passt. Passt. Mir ist aber rechts. Er macht aber nichts. Sieht genauso. Ich schwöre bei Gott. Perfekt. Perfekt. Ist das gut so? Ja, ich gucke jetzt was. Wie dieser, was ist das überhaupt? René Descartes. Das ist René Descartes. René Descartes. Die Waage. Wagenknecht. Ich möchte hier nicht politisch weisen. Hat mit Politik nichts zu tun hier. Waage. Wagenknecht. Das ist aber nicht lustig. Welcher Bild kommt jetzt dran? Willi, das ist aber zu niedrig, ja? Meinst du nicht? Höher. Ja, ja. Ja, ja. Genau. Warte mal kurz. Von wo ist das? Der Unterkant, oder was? Nein, nein, nein. Das kommt jetzt noch höher. Ist das gut? Ach, das ist falsch. Also, glaube ich, ja. Die Augen war hier. Das ist gut. So können die das hier. Die T-Pose, oder da? Ist das zu... Nein, nein, ist gut. Dann muss ich nur gucken. Dann muss ich jetzt weiter runter. Nimm ab, der Ding nicht. Viele sagen, ich soll für YouTube-Videos Dings machen. Waage-rechte-Videos. Aber ich bin nicht viele. Weißt du, wenn Winnie nicht wer weiß, wie lange ich gebraucht hätte, das Ding aufzuhängen. Ja, Mann, Dago, nein, das passt nicht. Oh, nee. Ja, ja, hm. Ja, das klappt nicht. Ja, oh, nee. Nimm mal meine Pflanzen auf. Das ist für ein gesundes Klima, weil wir Pflanzen lieben, haben wir sogar echte Pflanzen. Aloe Vera. Ich habe meiner Tochter versprochen, diese Aloe Vera Pflanzen zu schneiden, damit sie so Gesichtscreme macht. Weißt du, habe ich so von so einer Frauen-Zweitschaft gelesen. Film dich selber, wenn du lachst. Film dich selber, wenn du lachst. Der lachst tot. Mach Winnie die Waage bei Ihnen. Yeah, 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 Winnie. Kameran. Du lachst zur Kamera, du lachst weiter. Lachst weiter. Weißt du, warum unser Plakat ein bisschen schräg hängt? Ja, weil wir die Schrägen sind. Das auch. Das auch. Und weißt du, warum 1A fällt? Unsere Straße 1A heißt? Weil wir 1A sind. Weil wir 1A sind. Das ist Schicksal, ja. Wallah, das ist Schicksal. Das ist Schicksal. Wallah, das ist Schicksal. Ja! Kein Bock mehr, ich koste nur 50 Stück, aber kein Bock. Wir haben den Krimis und den Kanzler! Alle! 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 ist das von früher für die Lehrer so auf den Finger wenn du dich formierst? Geil! Geil! Ist das für die Lehrer so, wie die Flagen nicht funktionieren? Wir haben früher mal von unserem Lehrer mit Jana von Arzt gespielt. Ein Meter. Das ist ein Meter. Siehst du Bescheid? Das ist ein Meter. Ein Meter Abstand. Meine Tochter ist ein Meter bleiben. Was soll ich denn für eine Technik machen, wenn ich ein Meter Abstand habe? Das ist ganz wichtig für die Lotto für die Bescheidung. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Geh aus, Monika. Geh aus! Ja, was ist das? Die Uhr, Leute, ich darf nur anrufen. So werden die Naga tauchen, diese? Diese Uhr, Leute, mag sein, dass es eine Schornuhr ist, aber hat für uns eine sehr große Bedeutung. Das ist eine Uhr von meiner ehemaligen Schule. Ja? Die originale Uhr. Die gab es schon 60er, 70er Jahre. Und 2000, knapp 18, 19 habe ich die genommen. Ein Souvenir für mich. Ich bin voll stolz drauf. Und ich finde, diese Uhr hat es verdient, in mein Büro reinzukommen. Auch wenn sie nicht funktioniert, kommt sie wirklich direkt nach vorne dran. Und? Dieses Zeichen ist ein Lächeln. 10 nach 10. Die Uhr der Zeitlose. 10 nach 10, so. Er lächelt. Wallah, das soll so sein. Und den Rahmen habe ich leider kaputt gemacht. Deswegen konnte ich den nicht mitnehmen. Scheißegal, lecker Boys. Den packe ich da und im Sommer putze ich den nochmal. Ja! Ja! 10 nach 10. Er lächelt. Jetzt mach ich den ja. Das tut doch nicht so. Jetzt ist das Viertel nach 10 in Deutschland. Wo ist mein Knopf? Nein, nein. Das erinnert mich so an politische Sachen. Bitte nicht. Willi, warte mal kurz. Halt mal fest. Erstmal zu hoch. Mehr nach rechts. Mehr nach links. Stopp! Bisschen höher. Das ist gut. Guck mal, du nimmst dich selber gar nicht auf, während du tanzt. Willi, ich schwöre dir, du hast das so gut gemacht. Ich hätte das mit Dübeln festgemacht, weil ich keine Ahnung habe. Yeah! Yeah! Boah! Ich fühle mich wie in der Heide-Aufschule. Hey! Die Musik zensieren, ich mein Bild. Ich werde dich zensieren. Ich kriege Jusma, kriege ich. Wenn ich was sag, kriege ich mal. Piep! Yeah! Ja, wirklich hoch ist ein Nagel. Diese Lineal hat für mich eine große Bedeutung. Ich habe dieses Lineal damals schon in meiner Schulzeit angefasst und 2018, 2019 habe ich dir dann, ich glaube 18 war das, habe ich dir dann in den Markt genommen. Deswegen. Was wir dir leisten? Warte, warte. So, super, das reicht, super. Hör mal, sehr schön. Dekart, du hast mir eingetan, Dekart. Aslan und Berlin. Ey, wisst ihr, was ich geil finde? Dass so viele Menschen einfach glücklich sind, hier zu sein. Ja. Das macht mir einfach Spaß. Ja. Komm her, kleiner. Komm her, kleiner. Ja. Auch all die, die heute nicht dabei sind, ist es einfach nur schön hier zu sein, weil man sich einfach wohl fühlt. Wir sind Familie, Moluk. Ja. Wir sind Familie. Auf jeden Fall. Ja. Aslan und Berlin. Ja. Sein Riffi wäre gebrochen. So, wir haben jetzt den 10. Januar. Viertel nach, ja fast 20 nach 3 Uhr nachts. Die restlichen Leisten, das ist nur noch ein Stück, werden jetzt geklebt. Morgen, genau in 12 Stunden, um 15 Uhr, kriegen wir auch Besuch von der Zeitung von zwei Verlagen, vielleicht sogar drei. Die kommen auch nochmal. Das heißt, ich habe noch ungefähr 12 Stunden Zeit schlafen zu gehen, dann die Kinder, Kindergarten, Schule, 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 muss ich nicht. Und dann wieder aufstehen, das machen, dies machen und dann wieder hier erscheinen. Aber die Leisten sind jetzt auch fertig. Wir sind auch fertig. Fix und fertig. Ich bin müde. Holly, bist du müde? Nein. Teamgeist hier. Ja, das Stückchen noch. Dann sind wir fertig. Meine Güte. Wie lange machen wir das jetzt ungefähr? Wie lange machen wir das? Ungefähr. Drei. Zwei. Zwei oder fünf. Schön. Ah, der Kontrast, das ist jetzt viel, viel schöner. Mit den Leisten. Schwarz, schwarz. Schwarz, schwarz. Wollte ich unbedingt schwarz haben, die Leisten. Schwarz, schwarz. Kriegst du auch nicht überall so hohe. Und unsere Grundfarbe ist ja so oder so. Schwarz, weiß. Auf jeden Fall mit weiß, schwarz. Wir können bald anfangen. Wie gesagt, in zwölf Stunden geht es los. Ich bin saumüde. Ach, guck mal. Morgen kommen hoffentlich morgen früh sofort meine Büromöbel. Und dann das. was das ist? Dekat. Jürgen, Dekat. Kau shops. Vielen Dank.